Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Tomb Raider. Jawohl, es geht wieder weiter. Wie beim letzten Mal schon gesagt, es war ein Bug, dass sich die Lara die ganze Zeit gebückt hat. Ich habe dann zurück ins Hauptmenü gewechselt und das Spiel neu gestartet. Und wie ist es da, die Lara bückt sich nicht mehr. Sie hat also wohl meine kühnsten Träume erhört und hat sich für mich gebückt. Ich wollte gar nicht mehr aufhören, bis ich fertig war. Aber, naja, das geht halt eben nicht immer. Oh, shit. Ah, seid doch nicht so dumm. Oh, oh, das war wohl ein bisschen zu spät. Einer hat überlebt. Oder hätte es, beziehungsweise überlebt. Hätte ich ein bisschen schneller. Hätte ich ein bisschen schneller reagieren müssen. Okay, den hat sich auch auf die Seite gehauen. Aber wie man gesehen hat, ist eigentlich nach der Explosion darüber geflogen. Aber ist egal. So. Es ist halt natürlich blöd, also Benzin und daneben eine Laterne zu halten. Sind die dumm. Aber Dummheit wird bestraft, wie man sieht. Und dann stirbt man halt eben. Oh, hier sind wieder zwei. Warte mal, die kommen hier hoch. Wo sind die? Da will ich töten. Ich will sie töten. Ja, kommt her, meine Jungs. Ich war das. Nein. Jawohl. Ah Mann, also ich bin ein bisschen besser geworden mit den Zielen. Aber noch nicht so gut, wie ich eigentlich sein will. Aber ja, Kontrolle halt eben. Oh, wer ballert hier auf mich? Shit, wie konnte denn der das drüben hören? Soll ich nicht, dass da... Ah, da kommt noch einer, oder? Ja, da kommt einer. Oh Mann, der Pfeil ist in der Wand stecken geblieben. Wie geht denn das? Geht ja gar nicht. Okay. Schieß in den Kopf. Ja. Holy shit, das war jetzt knapp. Ich wäre fast draufgegangen. Es ist also nicht immer gut, wenn man mit Pfeil und Bogen rumrennt. Also sollte ich vielleicht meine Pistole doch noch ein bisschen aufrüsten. Ja, ich mag die Pistole eigentlich am liebsten. Ich mag das Maschinengewehr nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich bin kein Maschinengewehr-Fan. Das gefällt mir nicht irgendwie. Gut, ist zwar auch wirklich passend da. Das ist einfach gut, dass es kein voll modernes Maschinengewehr ist. Ja, das passt irgendwie schon in das Setting rein. Auch die Schrotflinte und so ist alles altmodisch und passt eigentlich auch vollkommen da. Aber dennoch mag ich es nicht so. So, Lara, kannst du dich denn da unten... Kann ich da mal kurz reinschauen? Jawohl. Vielleicht haben wir da noch irgendwas. So, den können wir auf alle Fälle noch looten. Und ja, weiter geht's. Bogen wieder ausgelöstet. Okay. Das wird jetzt scheiße. Ich glaube, das habe ich nämlich schon mal gesehen im Trailer. Ja, das habe ich schon im Trailer gesehen, Leute. Das wird nicht gut ausgehen. Kann ich euch gleich sagen. Oh! Aber jetzt zu spielen ist noch geiler. Okay. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Jawohl. Schön mit Zeitlupe. Oh, Lusit. Da sollte ich nicht... Nein, Lara, nein. Nein, Lara. Aber sie ist gleich wieder da. Sie lebt gleich wieder. Keine Sorge. Okay. Also darf ich da mal nicht hinein. Okay. Dann halte ich mich mal so ein bisschen mehr auf der linken Seite auf. Whoa, 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 oh, whoa, wow, whoa, 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 whoa. Das ist verdammt knapp. Und wegschießen. Was heißt das, was so cool kann da im Fallen? Auc. Holy fuck. Holy fuck. Lara? Nicht runter schauen. Ein Fallschirm. Jawohl. Oh, ne. Du musst es aber noch ein geben. Du musst es noch ein geben. Jawohl, der zweite geht dann. Oh, ich kann selber steuern. Wow. Wow. Fuck. Schön durch die Wälder. Oh, nein. Au. Ah. Fuck, aber sie verreckt auch immer extrem erbärmlich und hart. Das gibt es ja nicht. Die kennt keinen sanften Tod. Die verreckt immer total zach. Ja, zach sagt man bei uns in Österreich. Normalerweise sagt man hart. Auf Deutsch. Wir sagen zach. Zach ist sowas wie schlimm oder brutal. Ja, irgendwie sowas. Dann sagt man zach. Habt ihr auch jetzt ein bisschen österreichisch gelernt. So. Okay, man sieht hier auch nicht wirklich so gut, wo man da hin soll. Hilfe! Hilfe! Oh, oh. Autsch. Au. Na ja, immerhin überlebt, oder? Oh, du Arme. Oh, okay. Okay, da oben ist also der Palast, wie es aussieht. Suchen sie nach erster Hilfe. Ja, die braucht die Lara dringend. Sie ist ja schon fast down, man. Sie ist fast tot. Oh. Shit, das wollte ich jetzt nicht. Die sind noch mehr im Arsch. Okay, das ist also mein Ziel da drüben. Alles klar. Ja, kannst du das nicht? Oh, Mann, wie ist denn dann da drüber? Lara. Kannst du da durch? Ja, da kann sie durch. Ja, wenn du nicht klettern kannst, dann musst du halt durch den Gestank durch. Selber schuld. Oh, eine Leiche. Irgendwelche Russen labern da, wenn man das hört. Ich glaube schon. Oh, das ist genau über uns. Oh, shit. Sie haben gerade die Leiche hier also entsorgt. Ah, da ist einer. Okay, warten wir kurz. Jetzt will sie vielleicht als Druckmittel einleiten. Shut up. Ich hoffe, sie ist die Einheit. Okay, ich muss aufpassen, wie ich hier... Okay, den Drogen könnte ich aber eigentlich schon aufschalten. Okay, schön. Aufpassen jetzt. Okay, der geht weg. Dann kann ich den da aufschalten. Nee, 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 Lara. Nein, nein, nein. Ich kann nicht schießen. Wenn ich jetzt schieße, dann... hört er das. Gut, aber er weiß nicht, was passiert ist. Okay, ich glaube, das sind alle gewesen, oder? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das alle waren, aber ich höre zumindest mal keinen mehr. Okay, ja, das waren wohl alle. Okay, ja, das waren alle. Schön. Vielleicht noch mal ein bisschen hier. Gebärgungsgut mir zurückgeholt. Sehr schön. Dann gucken wir mal darüber. Lara, kannst du da hochklettern? Schaffst du das? Nee, schaffst du nicht. Zu schmerzhaft. Du bist eine Posse. Okay, ja, ja. Dann gehen wir halt da lang, wo du nicht klettern musst. Hopp. Aua. Okay, okay, okay. Langsam. Mann, das wäre fast ein Herzschot gewesen. Muss ich bewegen. Jetzt aber. Jetzt hat sich aber nach mehr Leuten angehört. Das waren doch nicht nur diese zwei, oder? Okay, es waren also doch noch diese zwei. Schön, das lädt gerade ein bisschen. Da ist noch einer. Jawohl. Schön vorsichtig. Okay, da muss ich wohl wahrscheinlich meinen Pfeil reinschießen mit meinem Seil. Pfeil mit Seil. Jawohl. So, jetzt hoffen wir, dass wir hier irgendwas finden für die Laura. Scheiße. Entschuldigung. Okay. Shit. Oh, my God. Oh, my God. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Turm? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Oh, oh. Jawohl. Haha, brennt in der Hölle, ihr Schweine. Sehr schön. Die kann man dann aus der Deckung rausschießen. Oh, nee, 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 Lara. Alte, geh doch in Deckung. Die eine steht da einfach nur so rum. So, erst mal das hier. Oh, hey. Geh in Deckung, ja. Geh in Deckung. Okay, jetzt müssen wir hier mit Pistole schießen, weil sonst wird das nichts. Jawohl. Schön gemacht, schön gemacht, schön gemacht. Den müssen wir gleich abknallen, den müssen wir abknallen, den müssen wir abknallen. Lara, schieß nicht so vorbei. Jawohl. Oh, nee, 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 nee. Stirb mir nicht schon wieder weg, ihr. So, okay, dann machen wir alles nur mit Pfeil und Bogen. So, komm, 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 komm. Das habe ich jetzt zu früh gemacht, scheiße. Jawohl, brennt alle in der Hölle, ihr Schweine. Da lebt noch. Wie kannst du noch leben, Mann? Wo sind noch welche? Da sind noch welche, okay. Oh, 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 hey, du stirbst. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Ja, Deckung, Lara, Deckung, 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 sonst sind wir tot. Okay, okay. Ah, nee, kommt, Leute. Muss ich jetzt alles wieder neu machen? Ja, ich muss alles wieder neu machen. Okay, so, Nummer eins. Geh in Deckung, Lara, Deckung, Deckung. Ja, geh in Deckung. So, dann holen wir den da oben gleich. Dann, wenn der Dritte hier kommt, holen wir diese hier. So. Okay. Sehr schön, Deckung wechseln. Jawohl. Ja, schön, dass sie überall fester sind. So, dann gehen wir hier mit Horde rauf. Es lag hier ein bisschen, aber es ist auch gerade viel los. Wow, 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 wow. Okay, und du kommst gar nicht so weit, versuch's gar nicht. He, 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 he. Oh, das waren aber noch lange nicht alle. Scheiße, scheiße, da sind noch einige da. Okay, dann kommst du her, ich mach euch alle platt mit der Schotfinter, wenn ihr alle Nahkämpfer seid. Dann kommt er nicht weit. Nee, dann kommt er nicht weit. Wie blöd seid ihr eigentlich? Okay, der hat sogar eine Schotfinter, schießt aber gar nicht. Wow, 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 hey, 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 hey. Du wärst dich also, du wärst dich also. Du bist ein Kluger. Wow. Wow, brenn. Schön. Müssen sie raus, die ganze Teile aus der Deckung weg. So, tot ist er. Holy shit, das war Action, Leute. So. Ich glaub, da kann man doch irgendwas machen da, oder? Ähm. Losraummagazin. Ich möchte die Pistole jetzt ein bisschen hier verbessern. Nee, das brauch ich nicht. Ein besseres Magazin, das ist gut. Dann belüfteter Schlitten. Okay, Precision und Schaden erhöht. Ähm. Mhm. So, das nehmen wir auch noch. Das ist alles, mehr brauch ich nicht. So, mehr brauch ich nicht. Alles klar. Gut, Leute, dann machen wir fürs erste Mal einen kleinen Cut. Und ja, das war ich ja wirklich extrem hart. Also, und es hat auch gelaggt. Ja, wundert mich auch nicht, wenn so viel los ist hier. Und so viel auf mich zustürmen. Ja, meine 580er kann das halt noch nicht, leider. Aber mein PC wird ja bald aufgelöst. Aber ich glaub, bis dahin hab ich's vielleicht eh schon durchgezockt. Also, ja, da komm ich aber schon drüber hinweg. Okay, Leute, dann bis zum nächsten Mal.